Ein freudiges Treffen, genau eine Woche vor Weihnachten. Papst Franziskus hat am Donnerstag die Jugendlichen der italienischen Azione Cattolica empfangen, die ihn mit einer Geburtstagstorte zu seinem 79. Wiegenfest überraschten. Bei der Audienz lobte Franziskus ein Flüchtlingsprojekt der Jugendlichen in der Sizilianischen Diözese Aggregent. Alles sei gut, was die Jungen und Mädchen für diese Menschen täten, sagte der Papst. Und er erinnerte sich an eine Begegnung mit einem afrikanischen Baby, das er bei der Generalaudienz am Mittwoch gesegnet hatte. Das Kind war auf einem Flüchtlingsboot vor Sizilien zur Welt gekommen. Viele Kinder schafften es anzukommen, andere nicht, so Franziskus. Die jungen Leute könnten mit ihrem Enthusiasmus und ihrem Gebet einen besonderen Beitrag für die Flüchtlinge leisten.